Hallo Leute, willkommen heute in einem neuen Video. Wir machen heute Elfmeterschießen erst mal und dann direkt in die Ecke. Danach mal schauen. Erster Schluss von mir Leute. 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 Erster Schluss von mir. Wenn er jetzt trifft hat er glaube ich 5 von 5. Nein. Oh, fast nicht. Okay, jetzt schieft Errei. Erster Schuss. Und er ist nicht. Der zweite Schuss von Errei. Der ist auch gehalten. Der dritte Schuss von Errei. Irgendwas stimmt mit dem Torwart nicht. Wunder? Ja. Der vierte Schuss von Errei. Los gehts. Der ist auch gehalten. Okay, der letzte Schuss von Errei. Jetzt. Jetzt. Der zweite Schuss von Errei. Wenn er den nicht macht. Ich habe schon mal gewonnen, aber wir machen jetzt weiter. Fritter Schuss von Errei. Okay. Okay. Ja gut. Okay. Der vierte Schuss von Emre. Hallo. Okay, der letzte Schuss von Emre. Lego. Schaut auf meinem... Schön das denn! Schaut auf meinem zweiten Kanal ab. Es ist ein Steichwerbung. Erzähl, was wir machen. Erzähl, was wir machen. Okay, wir machen jetzt eine Fritter schießen. Zehn Mal. Und den Ball los gehen. Eins. Zwei. Neun. Zehn. Ja, ist gar nicht drin. Ja, wir sehen uns gleich beim zweiten Schuss. Ich gucke jetzt. Eins. Eins. Zwei. Drei. Neun. Zehn. Neun Mal. Lego. Eins. Zwei. Drei. Neun. Zehn. Er ist tot. Ey, das gibt's doch nicht mal. Hast du nicht getroffen? Der war voll. War der nicht kreuzig? Nein. Alles klar. Okay, wir sehen uns gleich beim vierten Schuss. Wir haben ein bisschen reingeschissen. Ähm. Nicht vierter Schuss, sondern es war gerade der letzte Schuss. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn ich schieße. Bei mir. Okay, schieß eine Reihe. Drei. 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 Zehn. Jetzt sehen wir. Verkackt. Zweiter Schuss von eine Reihe. Und. Okay, los geht's. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Zehn. Okay. Bitte fliegt wieder auf die Fresse. Der letzte Schuss von eine Reihe. Drei. Ich hab zu viel Wasser getrunken. Scheiß drauf, schieß einfach. Ey, wieso Wasser, Junge? Oh, ah. Der war Latmer. Was? Der war Latmer. Okay, schieß Emre. Oh, er leckt mich. Los, los, los. Okay, Leute. Wir machen jetzt die nächste Challenge. Ich hab gewonnen bei. Direkte Ecke. Vorbei ist nicht so. Und. Und. Und jetzt spielt Dustin zur R-Rei. Weil er jetzt gehen muss. Und ja. Los jetzt. Wir machen direkt die Ecke gerade. Und erster Schuss von Anthony. Der war nicht. Zweiter Schuss von Errei. Let's go. Let's go. Anthony, sorry. Du hast ihn mal aufgenommen. Dritter Schuss von Anthony. War nicht. Kommen wir zu Emre. Mir. Ja, Leute. Das hat gesagt, er spielt aber. Er schießt, aber ich schießt jetzt. Okay? Okay, los. Erster Schuss. Von mir. Reingeschissen. Der zweite Schuss von Emre. Der ist auch reingeschissen. Der lässt sich was von Emre. Okay. Okay, ich schießt Dustin. Erster Schuss. Oh, der war Pfosten. Der zweite Schuss von Dustin. Und der geht auch nicht. Okay, der letzte Schuss von Dustin. Und. 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 Also, da keiner getroffen hat, noch mal. Anthony, erster Schuss. zweiter schuss anthony dritter schuss anthony zu beginn also endlich treffen also zweiter schuss mw nix dritter schuss mw auch nix jetzt also erst was halt wechseln jetzt komme ich okay ist das nun wieder er hat schuss von das denn er schiebt einfach okay das ist schon das denn ok leute wir machen einfach laden schießen jetzt und los geht's erster schuss anthony zweiter schuss anthony schmalig dritter schuss anthony ok jetzt ist emre hat der schon halb zerstört aber ja zweiter schuss emre los es ist so heiß leute wir machen nur für euch 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 ok es ist das denn oh schlitt ey der zweite schuss von das denn ok der letzte schuss von das denn ok wir beenden jetzt die challenge wir sind zu scheiße einfach und ja heute kommt noch ein let's play ja und tschau ok jetzt seht ihr mal da sind wir mal in action dann musst du den ball holen also tschau leute bis zum nächsten mal was sagen sie dazu dass sie jetzt getroffen haben alle feiern anthony feiern sie ein turnier ja stand aber dabei ist jetzt leider drüben ja